Das ist Leon. Er bereitet gerade seine Bewerbung an der HBRS vor. Leon weiß schon, dass der Bachelorstudiengang, für den er sich bewerben möchte, zulassungsbeschränkt ist und er sich bewerben muss. Aber wie geht das? Als erstes muss Leon sich auf der Seite www.hochschulstart.de registrieren. Er notiert Benutzernamen und Passwort. Bei der Registrierung erhält Leon zwei wichtige Nummern. BIT, Bewerberidentifikationsnummer und BAHN, Bewerberauthentifizierungsnummer. Beide schreibt er sich auf. Dann kann Leon sich in Apollo, dem Bewerbungsportal der HBRS, registrieren und bewerben. Einige Tipps rund ums Bewerbungsportal Apollo. Registrieren. Durch Eingabe von BIT und BAHN werden Angaben von hochschulstart.de automatisch übernommen. E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren. Immer auf dem neuesten Stand sein. Das Zeugnis muss für die Bewerbung vorliegen. Das Ausstellungsdatum korrekt eintragen. Den vollständigen Antrag online abgeben. Das Antragsformular aufmerksam durchlesen und abspeichern. Unterlagen nur dann einreichen, wenn im Antragsformular gefordert. Nachdem er seine Bewerbungen abgegeben hat, überprüft Leon regelmäßig seine E-Mails und seine Accounts bei Apollo und hochschulstart.de. Er informiert sich genau, wie die einzelnen Phasen der Zulassung bei hochschulstart.de ablaufen. Auf hochschulstart.de kann Leon sich deutschlandweit für bis zu zwölf Studiengänge bewerben. Leon priorisiert seine Bewerbungen. Achtung! Das Priorisieren ist sehr wichtig. Wenn Leon während der Koordinierungsphase mehrere Zulassungsangebote erhält, entfallen die niedriger priorisierten Zulassungsangebote ab einem bestimmten Zeitpunkt automatisch. Wenn Leon ein Zulassungsangebot aktiv annimmt, scheiden seine anderen Bewerbungen aus dem Verfahren aus. In der Koordinierungsphase kann es jederzeit noch weitere Zulassungsangebote für Leon geben. Wenn er nicht aktiv eingreift, wird zum Ende der Koordinierungsphase das höchst priorisierte Zulassungsangebot automatisch zu einer Zulassung. Leon freut sich. Er hat eine Zulassung für seinen Wunschstudiengang an der HBRS erhalten. Er kann jetzt die Einschreibung beantragen. Der Immatrikulationsantrag wird zunächst online in Apollo gestellt. Achtung! Frist einhalten! Nach dem Online-Antrag erhält Leon Informationen, welche Unterlagen er einreichen muss. Im nächsten Semester beginnt Leons Studium an der HBRS. Allgemeine Fragen rund ums Studium beantwortet die Studienberatung. Fragen zur Bewerbung richten Sie bitte ans Studierendensekretariat.